Ich habe heute meinen Job gekündigt. Wie bitte? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angegrabscht. Da habe ich ihm eine geknallt. Und jetzt? Irgendwie tut er mir leid. Kann es sein, dass ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen habe? Als ich klein war, wollte ich immer erwachsen werden. So schnell ich konnte. Und jetzt? Weiß ich nicht mehr, was das soll. Ich weiß nicht mehr. Die Zukunft, wie ich sie sehe, ist ein Warteraum. Eine Halle mit einer großen Bank oder einem Bahnhof. Und draußen gehen permanent Leute vorbei. Und draußen gehen permanent Leute vorbei. Und draußen gehen nicht mehr.